Ein Spice Girl macht sich frei und wir fragen uns, äh, why? Was hat Klein Beckham mit Big Biber gemeinsam? Ah, no! Und was macht Hannibal Lecter eigentlich auf Julian FM Stöckels Instagram-Account? So viele Fragen, die Bildbox liefert selbstverständlich die Antworten. Ich bin Martin, moin! Ja, sie sieht fit aus, ja, super durchtrainiert ist er auch für ihre 42 Jahre. Aber warum, warum zur Instagram-Hölle muss jetzt auch noch Sporty Spice Mel C das Typische? Oben ohne ich halt mir die blanken Hupen zu Pickposten. Reicht es nicht, dass ich erst vor ein paar Tagen Kollegin Mel B die Spice-Glocken zugehalten hat? Ja, reicht. Und überhaupt, ich dachte eigentlich immer so, die Sporty Spice steht mehr so auf ihr Talent und ihren Sport. Die hat doch dieses ganze Huhuhu, ich kann auch nackig sein, Gepose gar nicht nötig. Und wenn schon freizügig, warum hat sie gerade dieses Pick ausgewählt? Ich meine, die haben doch mehrere geschossen, oder nicht? Irgendwas stimmt doch an dem Foto nicht. Diese Proportionen, dieser wirre, eingefrorene Blick. Also ich habe auf den ersten Blick gedacht, das ist doch Caitlyn Jenner nach dem Zumba-Kurs. Und wenn ihr euch jetzt fragt, erst Mel B, dann Mel C, welches Spice-Girl zieht als nächstes blank? Meine Recherche beruhigt, keine Angst, Ginger Spice-Jerry, die ist schwanger, die macht es glaube ich nicht. Posch Spice-Victoria glaube ich auch nicht, die fotografiert lieber ihre nackten Models von hinten. Und wie hieß die, fehlt der nochmal hier, Blond, Klein, Emma, Bar... Ach, die war damals schon langweilig, egal. Da klingt ja wie der Justin Bieber vor 10 Jahren und sieht aus wie David Beckham im Kleinen. Stimmt haargenau, meine Damen und Herren, das hier ist Cruz Beckham, Sohnemann von David und Victoria. Frisch unter Vertrag genommen von Justin Biebers Manager Scooter Brown. Die erste Single hat er auch schon veröffentlicht, natürlichen Weihnachtssong. Und Muddi und Faddi platzen auf ihren Instagram-Accounts vor Stolz. Da filmt Papa David seinen Sohnemann, als der sich gerade das allererste Mal am Morgen im Radio hört. It's every day of Christmas on Capitol Breakfast. Und Mama Victoria filmt mega stolz den Background-Core vom Lütten. Was ist das bloß mit diesen Beckhams? Einer talentierter als der andere. Fast wie bei den Wollnys. Und wir klappen die Box zu mit meinem Schockpick der Woche. An wen erinnert euch Ex-Dschungel-Camp-Buddy Julian F.M. Stöckel auf diesem Restaurant-Schnappschuss? Korrekt. Dr. Leiter. Dr. Leiter. Dr. Leiter. Dr. Leiter. In diesem Sinne, bereit, wenn ihr es seid. Zur nächsten Bildbox. Bis dahin, Renier Haut. Dr. Leiter. Bis zum nächsten Mal.